Hallo und äh, euer, der Zombie hier und, ja, mein Club Duty funktioniert nicht, das bedeutet, ich muss wohl oder übel Sims 3 zocken, aber ich will auch ein normaler Spieler sein und, tja, als, am Anfang wollte ich Minecraft aufnehmen, aber, nein, jo, mein Aufnahmeprogramm wollte Minecraft nicht aufnehmen, ja, Sims werde ich auch nur zu einem bestimmten, wie soll ich sagen, zu einem bestimmten Part hochladen, weil Endlesspiele mag ich nicht so, äh, keine Ahnung, wie lange ich das in die Länge ziehen werde, hab ich nämlich einmal Sims 3 angezockt, krieg ich sofort den, ach, warum dauert das jetzt so lange, krieg ich sofort den Hormonstoß, ich muss sofort zocken, ey, ich werd dann so süßig, Nein, 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 mal spinnen, einmen, vielen Fettschern aufnehmen, 5, 6, 4, 10, 4, ja, ich glaube der scheiß hat das hängen bekommen oder so ein scheiß oder dem zu leid funktioniert nicht ja genau verarscht mich nicht ich mache jetzt ein sim mal gucken ich versuche mal so zu machen wie ich ihn gerne hätte also wie ich aussehen das muss mich angucken auf jeden fall bin ich kein mädchen so was könnt ihr ja wissen das kann nur es geht schon wo kommt man da würde ich verarschen so hat jemand auszusehen scheiße ich muss so viele Sachen verändern du willst mir sagen dass das hier braun ist der scheiß das ist der braun ist der scheiß ja das ist ja das ist gut Bullshit schon viel besser und damit habe ich gar nichts am Hut alltagskleidung das so weiter gefällt mir die Hose geht gar nicht unter die Schuhe viel lässiger werden viel viel lässiger scheiße hier gibt es gar nichts am weg Gott ey Bonne Scheiße Boah gib mir doch einfach eine schlinige Hose Ey ja jetzt hast du auch die Scheiß ach Gott ne alter ich will den Scheiß gar nicht ja ok geht Scheiß fack mich grad hier ab und Kleidung ab ich bin gerne ein Pinguin 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 Vielen Dank. Das sind sonst deine Füße, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann dir ja nur alles reinpacken, ey. Auf jeden Fall bin ich tot. Das habe ich noch nicht bewiesen. Deswegen mach ich das nicht. Ich bin freundlich. 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 Mal sehen. Ich bin freundlich. 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 Elektro. Ich bin freundlich. 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 Es ist aufgebaut, aber ich habe noch keine Sekunde gespielt. Es hat mir leid. aber das hat in den Schieber nahmen und so ich glaube ich so gut wie schon ganz scheiß Geld aus Fenster geworfen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What do you mean, Fensia? Scheiße. Ich kann auf Waschbecken verzichten. Jetzt kann ich mir alte Fernseher von Upi holen. Dreck! So. Das wisst!